Ach, das Herz benutzen? Äh, Herz? Da ist eine Rune. Kann derzeit nicht geöffnet werden. Na, super. Ähm, den hier? Okay. Ähm, achso, Mist. Jetzt sehe ich das natürlich nicht mehr, ne? Rune. Wo ist die Rune? Wo ist die Rune? Hä, wie komme ich denn dann da hin? Oh, so. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Haben wir eine Map eigentlich? Nö. Tab? Nö. Äh, Assassin's Creed würde ich jetzt drüber klettern. Und mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich hier... Hallo? Ne, alles dunkel, da kommt man nicht durch. Knochenartefakt, was ist das denn nur wieder? Äh, äh, zu viel. Okay, ähm, Dr. Galvanis Büro, 70 Meter. Bist du böse? Ein Schritt weiter und du wirst es bereuen. Was ist da durch? Alter! Verschwinde, du Vollidiot. Du spinnst ja wohl. Was war das? Hilf mir! Ist das ein Boot? Ich bin gefangen! Ach, guck an. Ah, lala. Guck mal, der hat das gar nicht mitgekriegt. Ach. Abfalleimer. Hä? Ach, wir sollen die da verstecken. Na gut. Ach cool, das ging. Ich, da hätte nicht... Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Mhm. Wissen Sie was? Ich informiere mich. Schauen Sie bei Grizz' Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt es plündern. Gut. Hi, Griff. Ähm. Oh, hapa, hapa. Achso. Achso, das hat ihn jetzt gestört, oder was? Geld, Geld, Geld. Äh, ich muss sagen, es ist wieder sehr dunkel. Sehr, 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 sehr dunkel. Aber nun gut. Wenn das Spiel das möchte. Äh, wie kommen wir denn jetzt... Achso. Hä? So. Auch da kommen wir so hoch. Ähm. Hier müssen wir uns doch bestimmt teleportieren. Äh, die sind da. Süße. Yo. Ist doch super. Oha. Neue Nacht. Neue Wacht. Ähm. Hä? So, wir sind jetzt auf dem Boulevard. Und wir müssen da hin und da sind Wachen. So. Kommen wir hier so entlang? Jawohl. Ah, das klappt ja prima. Mal. So. Hä? Hä? Hallo? Hä? Hä? Das will ich nicht deiner Mutter erklären müssen. So. Waffe und öffnen. Ja, natürlich würde ich da rein. Ich kriege da doch was. Offenbar wurde mir gesagt. Nehmen wir mal ein bisschen mehr. Wumms. Ähm. Tresor. Mit drei Stellen. Da müssen wir wieder irgendwie eine Zahlenkombi finden, ne? Geld. Wenn jemand was sieht, Bescheid sagen, ne? Ach so, das Tischtuch. Das ist ein Tischtuch. Na gut. Ähm. Ich dachte, das wäre wieder eine Karte, die ich aufnehmen kann. Oh. 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 Meins. Meins. So. Ähm. Was ist das? Das ist was anderes. Irgendwo. Zahlenkombi. Oh, da ist ja jemand. Moment. Hast du den Türgriff für Dr. Galvanis Labor berührt? Ja. Ich glaube schon. Hast du dir dein Helm? Ratten eingeweidet, da oben. Ähm. Gut. Die Kombination könnte ja im Labor sein, ne? Oh. Falsch. So. Ähm. Haben wir hier was? Nein. Beutel. Vielleicht machen wir doch mal einen auf lautlos. Hoch. Da wollte ich nicht hoch. Da ist eine Ratte. Da ist eine Ratte. Ähm. Klick. Huch. Äh. Entschuldigung. Ehrlich? Wirklich? Das ist widerlich. Das ist echt. Ah. Schlüssel. Sehr widerlich. Ähm. Ich trinke mal Tee. Ach. Guck mal. Hier. Der steht auf den, äh. Meisterspiel. Ich glaube, ich hätte den Kopf da nicht hinwerfen sollen. So. Ratten eingeweidet sind da drüben. Da sind auch noch Ratten. Äh. Mal schauen, ob wir hier noch was finden. Ja. Ist ja schön. Reinigungsanweisung. Wenn Sie mein Arbeitszimmer reinigen, würde ich Sie bitten, Ihre Arbeit strikt auf den Fußboden zu beschränken. Vermeiden Sie es unbedingt, meine Bücherregale blablabla. Ähm. Okay. Ich hab doch. Ich hab doch grad einen Schlüssel. Ist doch nicht wahr. Ich hab doch. Ich hab doch. Ich hab doch. Mann. Hab ich den Schlüssel nicht aufgenommen? Was haben wir denn hier? Ähm. Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen. Indem du zunächst zielst und dann drückelst. Drückelst. Genau. Ähm. Okay. Ist die zerstörbar, die Tür? Es steht zumindest nicht, dass sie nicht zerstörbar ist. Und das stand bisher immer dann. Ganz viele Ratten. Ach, Mensch. Öffnen. Geht doch. Hallo? Nix da. Alles klar. Ach, guck. Ne, doch nicht. Äh. Was verpasst irgendwie. Geld oder so. Nein. Kein Geld. Nicht. Mein Vater oder so. Hier. Nein. Auch nicht. Ach, guck an. Sind wir jetzt im Labor? Ja. Hä. Hör mit der Musik auf. Äh. Flaschen, Flaschen, Flaschenbrot. Ähm. Wo ist denn jetzt da? Ist das... Neun Meter in die Richtung. Da ist doch nichts. Hä? Wie kommen wir denn jetzt da rein? Das ist eine Geheimtüre. Äh. Was war die Anweisung? Bücherregal, ne? Ach, das war ja einfach. Okay. Dann schauen wir uns mal um, ob wir noch was finden. Ach, ein Heiltrank. Galvanis Laborschüssel. Ja gut, dass der hier drin ist. Rattenverhalten. Als die Seuche aufkam, waren die Ratten gemeiner. Ja, okay. Das habe ich jetzt beim Überfliegen so... Ist mir das ins Auge gefallen. Sozusagen. Die Seuche... Studiert hier die Seuche ganz lange? Okay. Laborgeräte. Achso, das kann man dann nur nehmen. Äh. Ew. Stoppt. So. Ähm. 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 Letzte Lieferung innerhalb einer Woche. Entschuldigen Sie. Ach, du müssen more. Okay. Also ich überfliege einfach nur so ein bisschen, dass ich nicht völlig überrascht werde dann. Was ist das denn hier? So. Es ist auf jeden Fall schon mal offen. Dann kommen wir raus, wenn es denn sein muss. Äh. Ratten Eingeweide. Gut, dass wir die einfach so nehmen. Ist bestimmt gesund. Kanalisationsstatus. Äh. 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 So. Kommode. Oh. Schön. Äh. Wir haben es geschafft, ne? Das heißt, wir können theoretisch gehen, richtig? Achso. Na ja. Nicht da raus. Äh. Jot. Jot, 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 jot. Äh. Verehrer. Vergifte das gefälschte Elixier in der Bottlestreet... Der Bottlestreet Gang mit der Seuche. Ähm. Hm. Äh. Wird mir das jetzt angezeigt? Nein. Gut. Dann. Brrrup. So. Wir haben das jetzt angezeigt. Nein. Hoch. Äh. Ich geh mal... Hier wieder raus. Ähm. 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 Wo kamen wir denn noch her? Unten, ne? Da sind die Leichen. Seht nach einem Herumtreiber aus. So. Bitte keine Gegner. So. Ähm. 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 Ach ja, klar wird mir das nicht angezeigt. Wir sind ja hier quasi in einem... Äh. 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 Wir haben gar keine Kombination gefunden, ne? Wir haben gar keine Kombination gefunden, ne? Schade. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man die herkriegen könnte. Äh. Raus. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Raus. 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 Vielleicht können wir ja nochmal herkommen. Fortfahren. Ähm. Wir müssen wieder hier lang. Da ist die Lichtwand. Whisky-Distillerie. Muss ich zur Distillerie? Um das zu vergiften? Warte mal, da liegt doch was, oder? Hä? King? Sonst wird Federn. Okay. Wir müssen bestimmt zur Distillerie. Die wird mir gerade so, äh, unauffällig angezeigt. Das ist bestimmt so. Ich mache jetzt nur Nebenmissionen eigentlich, ne? Vielleicht sollte ich mich mal darum kümmern, um die Lichtwand rumzukommen. Bist du ein Gegner? Bestimmt nicht, ne? Oh, guck mal, da geht's rein. Hallo? Walfleisch. Mutters Tagebuch. Morris ist krank. Stadtwache kommt und geht. Zehnter Eintrag. Jetzt sind die Fliegen da. Okay. Morris ist tot. Robert ist gestorben. Elise? Emily ist die andere, ne? Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Oh. Oh. Hallo? Sind wir hier noch? Walfänger? Ach. Kann man sich die Erzählung hinterher nochmal durchlesen? Das wäre ja ganz nett. Ach, wie süß. Kinderreime. Einmal runter. So. Äh. Äh. Okay. Wo sind wir jetzt? Ne. Hier sind wir nicht reingekommen. Äh. Hier brauche ich meinen Port. Flump. Da runter, bitte. Da leuchtet was. Achso. Aber wir sind ja voll. Flump. So. Jetzt müssen wir hier rein. Und vergiften. 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 Ach ja. Klicken. Okay. Da ist die Distillerie. Da sind Gegner. Viele Gegner. Ähm. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die... äh, Träger rauf. Da. Achso. Ich war schon im Schleichmodus. Gut. So. Also ich denke mal, es ist sinnvoll, die Nebenquests zu machen, wenn man dafür die Runen bekommt. So. Äh. Komm schon. So. Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen doch nicht mal flüstern. So. Nur noch wenige Meter. Oha. Da sind direkt welche. Die muss ich dann wohl killen, wa? Kann ich da... Kann ich da... Ähm... Den hier... So. Die sehen das nicht. Mist. 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 Äh. Den hier. Äh. Mist. Okay. Mission accomplished, I think. Ähm. Klappe. Ihr könnt essen. Gerne. Mist. Oho. 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 Sneaky. Verdammt. Mist, 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 Mist. Ähm. Die Leichen werden doch jetzt garantiert gesehen, oder? Was klotzt du so blöde? Ich bin der Idiot. Ähm. Ich habe eine Idee. Mal schauen. Wenn ich die Leiche da liegen gelassen hätte, wäre gut gewesen, glaube ich. Könnt ihr uns sehen? Na komm, wir versuchen es mal. So. Alles gut gegangen. Halbwegs. Ich habe nicht mehr viel Mana. Heißt das Mana? Kraft, wie auch immer. Was haben wir hier? Generalschlüssel erforderlich. Da ist eine Falle und die geht genau hier lang. Shit. Komm schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht gut. Konzentration. Konzentration. Scheiße, von da kommen sie auch. Motherfuckers. Das war nicht gut. Das habe ich völlig versaut. Ich hätte Tränke nehmen sollen. Mist. Verdammt. Doch, ich habe schon mehrere getötet. Halb die Klappe jetzt. Super. Dich hat dein Schicksal ereilt. Okay, dann müssen wir neu anfangen. Schauen wir mal. Okay, hier waren wir. Und da hat es geändert. Alles klar. So, jetzt müssen wir es irgendwie sneaky, sneaky versuchen, ne? Das geht ja so nicht. Das ist natürlich auch zu laut. Das war klar eigentlich. Okay, da kommen wir nicht lang. Wir dürfen hier die Falle nicht auslösen. Und wir müssen wahrscheinlich da hochklettern, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die einen dann sehen. Wenn ich... Okay. F, 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 F. Hoch, 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 hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.